Oh, das hatte ich ausgelöst von keinem. Wie erwartet. Hi. Alle einmal umdrehen und schießen. Ich glaube, die Konfiguration habe ich bisher noch nicht gesehen. Du kannst nicht so weit schießen, ne? Nein, ich mache das. Okay. Ja, Overwatch für dich. Wobei, wir sollten nicht zu lange warten, sonst trinken wir das hier auch wieder hoch. My blade is ever ready. On my way? Komm, Schaden war zu weit. Dann jetzt Overwatch. Weichklopfen. Und auch Overwatch. Weichklopfen. Luben war das einfach. Ich sag ja. jetzt sollten wir ja wir sollten die woge abwarten wir die kameras wegen auslösen bevor wir auslösen eventuell kommt ein warperist und den würde ich schon ganz gerne schließen bevor gegen zwei trupps gleichzeitig dahinten kämpfen also gucken wie das ein max wie die musik ein jähriger durch die geringste reichweite jetzt kommt es einiges hier das war es okay wie machen wir das am besten können uns eigentlich erstmal hierhin zurückziehen und um die einheiten kümmern dann müssen die nachziehen die stationären pflanzen machen eh nicht besonders viel und das große dinge kann glaube ich auch nicht so weit spucken sie ja taktischer rückzug ja du kannst durch sprühen kann sich nicht du hast ich weiß aber nicht ob der auslöst sobald was aus dem portal rauskommen meinen sinn machen wird es hier schon fertig also terminator und space mit rücken auf das sollte nichts machen können ja funktioniert okay noch ein terminator das mal folgendermaßen verwundbar die ich denke ich dass wir zwei terminator in einer runde schaffen heißt mach es lieber auf den damit wir den schnell kaputt bekommen du hast nur wie 4 wp also sollten wir es nicht gut hast noch zwei immer mit einem hier hin und versucht dann die beiden zu erwischen ein das nicht weg gehen könnte es versuchen den runter zu kriegen wie viel granaten hast du noch und ich eigentlich auch bewahren man schutz für alle wird dem zweimal rückenschießen bei nahkampf an der könnte operieren apothekary die 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 beide wischen da gut 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 die und hast volle wp also die nicht können wir diese runde töten das sollte man zuerst und eventuell noch nie wir haben keine die kurzen überlegt die beiden hier zu machen aber das passt nicht das ist umhält sie hier vorher nicht konzentrieren so aber die karriere zu betäuben wird nix das ist die erst mal die rüstung das ist so was du ja auch auf dem tank dass er die leichen wegschubst mit dem flammenwerfer auch nicht schlecht so es gibt so anfragen alternativ hätten wir noch ihn hier aber ja es muss er nachladen der der feind in voller deckung ist bitte auch nicht viel reißen ja flankieren ist auch nicht doch ein bisschen da könnte es klappen oder fast fast man kann man im counter-strike stand hält das jetzt an können wir unsere runde in den finischen ich denke mal so dass ok da müssen wir schnell sein ja wir können schnell sein wenn jemand hinricht so so dann das ding das weg gibt keine wp für dich ne rüber äh ab das lief denn quasi perfekt weil sowas eine verstärkung jetzt verbraucht worden ohne dass der feind wirklich einheiten bekommen hat ok wird einheiten bekommen aus du sprint ist komplett einmal bis dahinten durch ohne dass noch was anderes na ja es was anderes das ist nicht so ein auferstehungs ding blutung ging bei den pflanzen nicht richtig bin ich mir halbwegs sicher aber wir haben volle wp also jetzt bin ich mir wieder sicher und ich hoffe ich stelle es nicht noch mal eine frage vertrau meine erinnerung könnte es noch bis hier an jetzt nicht drauf schießen jetzt drauf schießen als wurde er ist viel zu weit weg wirst du beide weiter weiter besitzt an jenischen gepflegt ich glaube das ist ein nahtkampf lanzen wir waren für den pferden glauben sollte das ok sein also halbieren auf pflanze der ist und da und 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 also können sich teleportieren aber ich will mir die vps vorsichtiger sein wir haben ja noch was für uns längere zunge als erwartet wechsel das zimmer auf der keine rüstung wechsel sie darauf weil du halt der panzerknacker bist keine muni oh ja i have sanctified my rounds kleines bisschen noch und schon hier drauf halten ja wir haben die andere ist komplett dahinter müssen gar nicht angucken hat weiter die richtung auge darauf haben ob ich noch irgendwas reinigen kann für wp was sieht nicht danach auch wenn das hier sehr verfänglich aus jetzt wenn man es reinigen sollte aber nein nicht patrouille ja eine verstärkung ich habe mich gerade gefreut dass sie eine verballert haben wie viele haben wir jetzt noch davon wollen wir diese aufdecken oder auch hier ist der hausam justice vergleich so am herzen schnappte erstmal das lieder schuldig 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 das ist ja als jahr kam an stammt und sich hinter teleportieren es ist aber auch in gefahr von dem wenn du schießt schießt er zurück wir klastern erst mal schnappen und so schön ein hier zu sein dann kann es ist auch den oberwatch aus wird es ein gebet er hört nicht auf also ich glaube nicht dass wir nicht so funktioniert aber man kann es ja mal testen die stehen schon so oberwatch ist verschwunden komischer jetzt alle schäfer gott skriptor 2 noch zwei granaten kannst du von das ist nur ein app okay nicht in jahr nicht ja kultur kann auf dennoch noch schießen und hier sind wir gar nichts machen das ding wird jetzt ausgelöst wenn wir ihn angreifen ja ist aber wenn die ersten mal wecken verlüsst es auch schon die king position die ausgelöst wenn wir ihn immer anzünden das auslösen bei ihm löst es hundertprozentig aus und dann schiebe ich einfach selber 12 ist das sollte passen jetzt sind wir beide an dadurch stimmt er nicht vor richtig der schaden so ja frage die empfehler die es ist nicht nur die Einführer wenn wir die Einführer Jo definitiv wehren es noch so ran und ran einfach mal hau da kommen sie durch hat fertig wer braucht die sph am ersten ja heißt du ihn hier auch wenn es nicht wirklich nur wenn es und dann ist das schon mal erledigt ja nie gut dann rücken wir weiter vor und sind jetzt wesentlich besser gestellt als das letzte mal durch ja es ist ein alleine dastehendes tor links und rechts keine wand und er tritt das tor ok